Die Kripo München bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird der 37-jährige Kai Trebitsch. Der Gesuchte steht in dringendem Verdacht, seinen 10-jährigen Sohn Karim entführt zu haben. Es macht am meisten Spaß, wenn es richtig knallt. Warum redest du nicht mit uns, Mann? Ich wollte doch nicht, dass das so aus dem Bruder läuft. Hi. Hi. Ich liebe dich. Welche Konsequenzen das Ganze für dich haben wird, das hast du nicht zu entscheiden. Wenn du jemandem die Schuld geben willst, dann nimm ich. Das ist meine Falle. Es würden Köpfe wollen. Ihr habt versagt, ganz jemalig versagt. Das letzte Mal, als wir so zusammen waren, da hat sich nimmiges Spaß. Ich bin darüber dishwasher today. Jetzt habe ich noch zwei, 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 drei. What's needed? з